hallo freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge emergency 20 modifikation lüdenscheid lindzim die hauptwache und ja leute wenn euch das video gefällt hinterlasst doch gerne daumen nach oben ja falls ihr so nett gemacht hat da wäre ich euch sehr dankbar das kostet euch nichts und ihr supportet mich damit vielen dank ja dann würde ich sagen legen wir los schauen mal was wir heute denn für ein einsatz rein bekommen letztens war es ja wieder eine demonstration wo ich mir gedacht habe oh mein gott hey wie oft wird denn da noch demonstriert ja aber ist halt so demonstrationen finden halt anscheinend öfter statt und ja mein gott wir müssen das ja abarbeiten was wir bekommen jetzt schauen wir mal was man für einen neuen einsatz reinbekommen nein 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 ach nee oder nein nein leute leute nur ne 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 leute das brecht man jetzt ab ich mache jetzt nicht schon wieder eine demonstration sorry nein das machen wir nicht okay wir machen das nicht weil das ist das geht's ja nicht oder alter schwede okay noch mal schauen wir mal das ist das ist los das ist etwas so verrückt das braucht man gar nicht schnell ich habe so oft demonstration daran passiert nichts oh herzinfarkt oh herzinfarkt ja gut dann sind wir mal ganz schnell das heißt wo ist denn das dahinten ja dann haben wir hier die 13 haben wir hier die 13 nev nev und rtw Alarmieren wir gleich mal Okay, die ist unterwegs, die Einheiten, die Rettungseinheiten, also sind unterwegs. Ja, müsste man aber schnell sein, beim Herzinfarkt. Da zählt halt weh, jede Sekunde, gell. Aber kommt es mir jetzt bitte nicht so, ja, ja, jede Sekunde hast du aber schön Zeit, dort ein, ja, sich auszuruhen und den Wachgong abzuwarten und die ganzen Wacherlampen, bis sie wegkriegt, abgerichtet sind, aber ich hätte ja sowieso vorher nichts machen können, Leute, also, dementsprechend ist es ja, passt es schon, ja. So, dann schauen wir einfach mal. Also, der ASB ist da, da arbeitet der Samariterbund. Und, ja. Schauen wir mal, oh. Ja, das ist aber eine knappe Sache, gell. Gerade so mal wieder zurückgeholt ins Leben, die war schon kurz vor, ja, das Zeitliche zu segnen, ist so. Ja, aber der ASB, die sind top, Leute. Die haben das im Griff, ja. Passt, ja. Ei, 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 ei. So. Ich brauche noch für die Zeitung unbedingt ein Foto. Also, sie wird jetzt stabilisiert. Ja, dann ab sofort, also, ab, so, so schnell, nee, nee, ab sofort, was lebe ich denn? So schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ich wollte eigentlich sagen, ab sofort ins Krankenhaus, aber das, das hört sich ja doof an irgendwie, oder? Also, sie muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ja, gut, ich kann auch mal schon mal sagen, der Notarzt, denke ich mal, darf auf jeden Fall mit. Der Kollege geht schon mal rein, der meldet schon mal ins Krankenhaus an, ja. Hallo? Also, mit Notarztbegleitung, aber habe ich mir schon gedacht. Ja, dann ab ins Krankenhaus. Ja, dann würde ich sagen, da haben wir es schon wieder. Dann danke ich euch mal fürs Zuschauen. Kurze Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal jetzt wieder irgendeine Demonstration gibt. Okay, Freunde. Lasst euch gut gehen. Passt euch auf, bleibt gesund. Und ich bin draußen. Tschüss. Servus. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.